So, da sind wir wieder. Wir sind im Portal. Und wir suchen Solar Sand. Au. 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 Der Boden brennt. So, wir wollen keine Zombie Pigment veragern. Gerade. Oh Gott. Hell around. Tut weh. Ich hab ne Hundezunge gefunden. Die ich nicht essen kann. Klingt nach was Essbarem. Um ehrlich zu sein. Awww. Die Zombie Pigment wollen mich nicht töten. Find ich jetzt nicht so cool. Weg mit deinen Dressgoldschwertern. Riesenblock entfernen. Riesenblock entfernen. Rotes Wasser. Oh. Oh. Uh, da ist ein Ghast. Ähm. Und ein bisschen runter machen. Und ein bisschen runter machen. Okay, ist immer noch laut. Ja klar. Zu zweit. Auch noch. Ja klar. Die Fledermoss ist auch explodiert. Nice. Oh. Oh. Puh. Geh weg Hund. Böser. Hund. Ich hab gerade echt Angst bei den zwei Ghasts. Warum gerade ich? Da kann ich mal richtig ziehen. Da kann ich mal richtig ziehen. Sorry wenn es lag. Aber es ist der Nähter. Und ein Ghast. Wow. Genau. Ich hoffe, dass wir nicht mehr auf so viele Ghasts treffen. Ach komm. Wollen wir ein bisschen. Den ab. Oh Gott. Ich wusste es explodiert. Ja. Was passiert, wenn man Sachen im Nähter abwornen will? Sie explodieren einfach teilweise. Oh nice. Ich verwandle mich mal kurz an den Fledermoss. Ich verwandle mich mal kurz an den Fledermoss. Ach gut. Und das einfach manchmal mit einer Verwandlung anfängt dich nicht mehr fliegen zu lassen. Ich hab's alles eigentlich gefunden. Habe ich gut gemacht. Jetzt brauche ich dann nur noch einen Skull. Schau mal. Schau mal. Oh. Zwei Wilderskelette. Komm schon. Ihr seid so schlau und lauft nicht runter, oder? Das ist echt cool. Nice. Ein Necrotic Bone. Damit kann man auf sein Schwert eine Verzauberung drauf machen, dass es einen heilt, wenn man den Gegnern schadet. Was ziemlich cool ist. Was ziemlich cool ist. Nice. Die Idee hätten wir glaube ich genug Soul Sand. Was hast du? Eine Kiste. Mit einem Diamanten. Sattel und Gold Chess Plate. Äh, Gold Chess Plate könnte ich wenigstens mal anziehen. Fledermoss mit Gold Press Plate. Easy. Das würde schon episch aussehen. So eine Mini-Rüstung. Gold. Ein paar Liter-Warts. Ist auch nicht schlecht. Diamond Door. Ähm. Dafür werfe ich das weg. Junk of Flesh. Kann ich das essen? Nö. Die. Nice. Jetzt habe ich mehr Diamanten. Was brauche ich zum abbauen von dem hier? Kobalt. Äh. Brauche ich wahrscheinlich eine Obsidian Pickaxe. Oder Aliumite. Aliumite könnte ich machen. Äh. Jaaaa. Jaaaa. Ist sicher irgendwo Ardite. Da oben ist Ardite. Mal schauen, was ich dafür brauche zum abbauen. Ich frage dich mal was zuerst kommt. Aliumite. Äh. Was zuerst kommt. Ardite. Und über den Korb allen. Und da. Föder Skelette. Cool. Mal davon. Bisschen was davon. Hier war ich grad. Ja. Hier kann ich das Gold noch wegwerfen, ich habe meinen Gold Nugget weggeworfen. Guck mal hier ist gelapt. Braucht doch nur den Kopf. Das wäre echt nice. Nichts. Schon viel Loot läuft, dann weiß ich nichts. Was gibt hier hinten noch? Ach, ein Ausgang. Wow. Ich habe ein halbes Salz gerade hin, zum Glück noch verloren. Ich sollte mal zurück gehen. Ich glaube das war von hier, wo ich gekommen bin. Obwohl ich nach Kloster mitnehmen könnte. Ach komm. Braucht doch niemand. Oh Leute, die kriegt schnell. Lass mal werden im Fliegen aufbauen, dass es nicht so schnell ist. Ich weiß nicht, ob ich falsch annehmen kann, aber ich glaube schon. So. Da hinten müsste mein Portal stehen. Irgendwann im Junk, der nicht geladen ist. cool. F3a. Warum lädt der Junk nicht? Okay. Lass mal kurz rausgehen. So. Wow. Hat mir keinen Fall schon gegeben, zum Glück. Das wäre nämlich richtig dumm, wenn ich daran jetzt gestorben wäre. Okay. Wir wären draußen. So. Eloise only. Mal kurz machen. Äh, machen wir 14 Solarium. Nero Diamond War. Pulver Eisen. Hier waren noch irgendwo Kühe. Da. Da. Ja. Tröte nur das Koflash für Equivalent Exchange. Nehmen. Nehmen. Äh, ich glaub, es gibt Braten. Da gab es auch... Lass mal eins. Drei hätten wir davon. Wir brauchen immer noch irgendeinen Kopf. So. Erstmal wieder verwandeln. Ich habe es irgendwie hinbekommen, meine Minimap. Jetzt habe ich rein zu zoomen. Ja, cool. Das ist gut. Das wäre gut. Da rein. Das wäre gut. Zu haben. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Glosunnen wäre nicht schlecht. So. Packen wir mal Glosunnen rein. So. Jetzt haben wir 16 gebratenes Fleisch. Erstmal ein bisschen mehr zum Essen. Ich habe keine Energie mehr. Keine Energie mehr. So. Was kommt da rein? Das. Nein. So. Äh. Zero. Können wir hier rein tun? So. Sollte noch reichen, glaube ich. Achja, wir haben ja unsere Diamanten. Da rein getan. Nice. Ein paar Diamanten. Was könnte man da was machen? Ein Blood Alter könnten wir machen. Wir brauchen echtes Pull Setting Iron. Aber dazu brauchen wir echt eine Enderpalle, das ist echt behindert. Da haben wir so wenig Mobs hier irgendwie in der Nähe spawnen. Es könnte vielleicht dran liegen, dass es ein Schneebiom ist, bin ich mir aber nicht so sicher. Wo ist das da die Zungen drin? Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Okay. 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 Es gibt einen Liquid Hopper. Cool. Interessant. Okay. Okay. Was können wir denn? Wir wollten einen Slice & Splice machen. Dazu brauchen wir einen Skull. Skulls haben wir aber nicht. nicht. Und wir haben keinen Resetting Iron. Ich glaub. Ich geh jetzt mal ein bisschen erkunden. Da vorne. Ich hab grad den Mob. Ich würde gar nicht fliegen. Nein. Ich bin jetzt zweimal an der Fledermaus vorbei. Danke. Dass ich fliegen darf. Ui. Hier gibt's große Höhlen. Ein Creeper auf einer Spinne. Da noch eins. Ha. Ich kann fliegen. Ja nicht. Ist halt so schlecht. Oh Gott. Ha. Getötet. Nice. Das wär echt knapp. Bin ich froh, dass ich so schnell fliegen kann. Und ich werde schon in Marmel explodieren. Oh Enderman. Hallo Enderman. Hallo Enderman. Ok. Hier kann er mich nicht angreifen. Ähm. Enderman. Please. Ok. Ist einfach weg. Das mag ich jetzt überhaupt nicht. Ich hatte echt. gerne eine Enderpfade gehabt. Das wäre echt cool gewesen. Oh, wir können jetzt Quarz abbauen. Cool. Ich wollte nicht zurückfliegen. Ich wollte ja weiter wegfliegen. Hm, das sieht nach noch mehr Schneebium aus. Da liegen ganz viele Schneebälle. Ich gehe mal hier rein. Ein bisschen Quarz abbauen. Kann nicht schaden. So. Dun, 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 dun. Was ist das? Ich meine, wir werden hier unter der Erde schon keine Mobs spawnen. Was ich auch nicht. Da würden wir Mobs haben und dann spawnen keine. Aber wenn man keine will, dann spawnen sie. Das hört sich nicht cool an. Oh, Gott. Da ist ne Blaze-Variation. Kommt die auch nach oben? Oh, Gott. Das hat mir Angst gemacht. Das Vieh. Oh, Gott. Da ist noch ein zweites. Was ist das? Oh, Gott. Was ist das? Was ist das? Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein, Moin. Fuck. Nee. Hab ich ... Ah, ok. Ich kann mich jetzt auch in so ein Viech drehen. Aber ich kann damit nicht fliegen. Aber die Fledermost hat so wenig Leben. Ich habe es getötet und es hat Obsidian Powder fallen lassen. Pulverize Obsidian. Joa, interessant. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Basalzrot. Ich weiß nicht, was das hieß. Nein. Oh nein. Weiss. Watch. Es ist ja auch .. Vielen Dank. Oh, das sind ein paar Skelette. Ich sollte mich mal kurz verwandeln. Einfach nur, dass ich mehr Leben hab. Die wirken sich gegenseitig. Wirklich. Okay. Okay. Mehr Quarz mitnehmen. Mehr Tin mitnehmen. Ich brauche nicht so viel Cobblestone. Warum gibt's so viel Copper? Verschiedenes Copper. Tja. Nee. Ich will keinen Copper mehr haben. So. Hier gibt's auch nicht mehr viel. Nein. Ich hätte jetzt echt keinen Skelettkopf oder so. Oder einen Enderman Korb. Oder zumindest eine Ender Parley. Oder... Ja. Am besten gleich mehrere. Und ich muss mal schauen, wie ich mal den Lap wieder gefixt krieg. Okay. Ah, okay. Einfach Minus drücken. Okay. Okay. Dann gehe ich's nicht zurück. So. Hier geht's noch weiter runter. Okay. Nee, hier geht's hoch. Ach. Interessant. Ach nein. Nicht schon wieder. Ich beende jetzt einfach mal hier die Feige an. Wir töten gleich dieses Basalz oder so. Entschuldigung.